Die Schlüssel haben wir auch, ja. Wollen wir den Baccinator machen? Wollten wir eben schnell gucken, was das so auf links ist. Ja, wer ist es? Oder was? Das müssen wir nicht zeigen. Nach links? Immer misstrauisch sein. Ich drücke das einfach mal weg, ne? Ist voll gut. Halt dahinter. Alter, wo? Der dahinter. Oh ja, der ist cool. Verdammte Pistole, ey. Mit dem rechten Analogs können wir Torten schießen. Das sind auf einer Seite Typen. Auf einer Seite kleben. Hast du den Shot gesehen? Stark. Schieß ihn halt ab. Ja, ganz, ganz groß. Wie machen wir das jetzt? Ja, so? Ja, dankeschön. Ja, bitteschön. Die wackelt, die geht auf. Die... Au. Was soll die Scheiß? Alter. Hab ich dich umgewacht? Geil, ey. Okay. So ein Sticker. Kriegst du es hin? Ich mach einfach schon mal weiter, ja? Mach mal. Warum klebt denn meine Torte nicht? Deine klebt... Guck mal, meine klebt nicht. Das ist geil. Warum klebt deine Torte meine nicht? Weil ich besser bin. Bumm. So, da bist du wieder. Wirklich, oder? Ich bin auch ein bisschen beeindruckt von mir selber. Aua. Aua. Pass auf, wo du dann hinschießt. Verdammte Scheiße, Sterne. Alter, Alter. Das ist doch so fies, ey. Oh, der war schön. Der war richtig schön, ey. So, jetzt mach ich das ja alleine. Halt da, komm mal. Hol mich doch, ey. Ich hol dich erst wieder. Ich hol dich erst wieder, alles ist okay. Au. Junge, hör auf damit jetzt! Wie machen wir das? Achso. Achso, aber... Alter, wie kannst du es, ey? Ich hab... Ahnung, oder? So ein bisschen? Ja, doch wirklich. Ja, doch wirklich. Das gibst du jetzt wirklich zu, ne? Aufschieben. Double kill. Wie das denn noch da geht? Was? Ja, okay. Nein! Doch. Das war die Rache, ne? Ich hab schon gemerkt. Ich hab mir gerade gedacht. Du musst runter, runter, runter. Ja, naja. Bakinato, go! Nice. Headshot. Obwohl die nur aus dem Head bestehen. Hier ist Level x2. Level x2? Level x2. Ich komm da nicht durch. Das muss gleich schwer sein. So. Was ist denn hier? Kann ich... So, oder was? Da! Und jetzt mach ich... Achso, warte. Du stellst dich da hin. Achso, ich muss auch das Ding hier hoch. Ne, warte. Und jetzt mach ich das so, und du kommst da hoch. Ah, war lange gedauert, ey. Wir sind, glaub ich, nicht so clevere Menschen. Was war das? Den scheiß Kuchen reinigen. War das meine Schuhe? Warte, den müssen wir jetzt aufhalten, indem wir so machen. Geh weg von ihm. Oder... Warte. Wenn man weg geht von ihm, dann öffnet er sich. Und jetzt knacken wir das da ran. Und jetzt geht er nicht zu. Bakinato ist, äh, mein Level, ey. Ist das dein Level? Ja, ja, ja. Alter, im Sprung, ey. Das mach ich jetzt auch. Ja! Skillful, ey. Tschüss. Ja, okay, komm, ja. Kommst du? Oder du möchtest... Du hast deinen Lügelnkopf gar nicht mehr richtig auf. Ja, aber ist da oben drauf irgendwas... Nee, nee, im Leben, da kommst du doch nicht hoch. Kommst du nicht hoch? Na. Wie zur Hölle ist nur das Gelee übergeblieben? Wir müssen wieder runter? Los. Hol das schnell! Ah, ich bin tot. Du musst den Stinks holen. Achso, wir können ja... Hol erstmal das, genau. Und dann kämpfen wir uns dahin. Das geht, oder? Okay, warte. Ich mach das so. Ich schieß die immer ab und... Du holst dir den Schlüssel. Teamwork, Stichwort so. Du kannst den auch... Stell dich... Ähm... Ja, nice. Wir sind so ein gutes Team. Wir dürfen kein Team sein. Ich komm hier nicht hoch! Stilz! 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 Oh Gott! Ich bring mich um! Ich bring mich da um! Ja, ich hab's geschafft. Stolz! Wofür zu Stolz? Ich bin glaub ich nicht mehr am Leben. Äh... Wo bin ich da oben? Da oben gegen... Nee, rechts! Da hoch! Jetzt hoch! Hoch! Einfach hoch! Richtig! Ah! Bakinator! Mein Level! Ich verstehe hier die ganzen Physics. Aber trotzdem bin ich tot. Kommt hier mal ein Checkpoint, Alter? Ich langweile mich jetzt schon ein bisschen. Nee, das wird nicht weichen. Du musst das so wie eben machen. Nee, warte. Ich weiß wie. Da packst du jetzt rechts ein Bakinator-Turretchen ran, ja? Ja, und da muss ich hier... Und dann stehst du da drauf, schießt den irgendwo hin, dass der andere weg geht. Ja, oder genauso. Wenn man jetzt weiter links steht, dann sammelt man auch den Sticker ein. Fuck you, Mann ey. Nee! Geht nicht. Dann geht das nicht mehr runter. Keine Ahnung. Du hast es zerstört. Häng doch da jetzt an dran. Hä? Und logisch und so? Du hast das Game gebrakt. Ja, ich bin tot oder was? Ich komm nicht mehr da hoch. Du, da rechts musst du auch irgendwas klemmen oder so. Ja, was denn? Weiß ich nicht. Du hast es gebrakt. Doch, jetzt. Jetzt. Wie hast du es gemacht? Keine Ahnung. Ja. Dann schieß doch. Hä? Okay, ganz kurz. Stell dich da ran. Jetzt, ja. Jetzt schießt du da. Tja. Das ist doch oder nicht? Probier es nochmal. Vorher gehen wir hier nicht nach Hause. Sollen wir das aufnehmen? Mein Fail hier? Das nehmen wir alles auf. Die Welt muss das hier sehen. Oh, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt. Ich weiß nicht, wann ich springe. Wann musst du denn... Jetzt! Hä? Oder muss man das doch mit einem Törtchen machen? Ja, da hast du nicht Lugschwinger. Ja, weil der Kuchen abgeglibbelt ist. Der klebt nicht. Wird nicht, ne? Der ist gut. Ja, man ey. Das hat nicht lange gedauert, oder? Hat gar nicht. Aber wir haben auch nicht alles eingesammelt, glaube ich. Das war Kai Hahn, der Getreter. Das ist aber nicht so wichtig, oder? Ich habe keinen Bakinator. Alter, ich... Warum hast du keinen Bakinator? Warum boxt du mich? Alter, 10% habe ich vergessen. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Erwischt! Alter, das ist ein Headshot, ey! Sind wir schon beim Endboss? Da oben ist was Neues. Da oben ist was Neues. Oh, das ist schwer, ey. Das ist dieses, wo man die wegbritzeln muss. Diese Kuchen, die da hoch schießen. Kriegen wir das hin? Ich glaube, da war es immer besser als ich, weil du keine Strikke mehr spielst. Ja. Los geht's! Hatten wir eigentlich eine Strategie? Nö. Nicht sterben. Erst die Kleinen. Ja, genau. Und am besten auch Focus Fire, oder? Ich glaube, Focus Fire ist am besten. Weil die dann echt schnell wegbritzen. Ich bin tot! Sehr gut, aber nicht. Du schaffst es schon, ne? Ja! Das war sooo sauknapp! An die Ränder darf ich auch nie rennen, ne? Nee, das darfst du nicht. Ich glaube, 3000 brauchen wir noch. Ja. 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 Offscreen, ne? Offscreen? Ja. Offscreen. Bis gleich. Ist ja eh wieder weiter, Leute. Okay. Ja, dann... Ja, du hast schon recht, ey. Du hast recht, ich gebe dir recht. Wie viele Punkte haben wir erreicht? 4.000. 176. Okay, dann waren wir besser. Vorher waren wir besser. Warum ich nicht? Bitchle. Nein. Bitchle. War zu schnell für dich. Jawohl, ey. Er hat es nicht geschafft. Ja. Ein schönes Spiel. Ein wirklich schönes Spiel. Den hatten wir schon. Ey, Pakinator. Taiges Ereignis. Taiges Ereignis. Was? Taiges Ereignis. Ja, okay. Schwimm, das ist super toll. Du musst ja jetzt nicht hier gleich ausfallend werden, ja? Okay, lass uns auf links gehen. Ja, im Ernst, da will ich runter. Was? Ja. Was? Ja. Wie kommt man da hin? So. Alter. Nice, ey. Wie bist du da auch hingekommen gerade? Ich weiß es nicht. Oh shit. Oh. Ich hab voll nicht aufgepasst, ey. Habe ich gemerkt? Das schaffe ich. Ich bin so gut, ey. Ihr stinkt. Ich bin tot. So. Nicht stoppen. Alles gut gegangen. Du hättest dich auch an meine Füße hängen können, Leute. Ich hab kein Problem mit dir. Du bist tot. Du bist tot. Naah. Der hält an. Ehrlich, ich muss meine Glühbirne gecharged werden, ey. Nein, wenn nicht. Ja? Und ich bin Elektro-Man. Elektro-Man. Oh, schlecht. Bist du schlecht? Ich bin wirklich schlecht gerade. Haben wir irgendwas verpasst? Ich hab keine Ahnung, ey. Du achtest da auch, ob du was verpasst. Ja, ja. Logisch. Ich achte gerade überhaupt nicht auf unsere Umgebung. Nee, ey. Ich bin auch gerade echt perplex von den Dingern, die da durchgeschüttet werden im Hintergrund. Siehst du das? Was sind das für Teile? Siehst du? Ja. Das ist voll die Folter, ey. Ich habe alle ein bisschen gewürft. Lässt du mich auch wieder raus? Oder eher nicht so? Die schießen also Ladungen rein. Die müssen mit den Dingern... Ja. Oh nein! Ja. Oh ja. Doch, das kriegst du hin. Nicht jetzt! Oh Gott, du bist tot. Nice. Und einmal mit dem jetzt muss man, glaube ich. Das war die Noob-Hilfe. Das war die Noob-Hilfe. Ist ja auch nicht so schwer jetzt eigentlich. Aber so gut kümmer, ey. Du musst erst Elektrizität rein, dann wird der hoch gefährden. Macht auch Sinn! Du hast doch alles geklärt. Du hast doch alles geklärt. Du warst schon... Mal wieder zu schlecht! Da muss man zusammenarbeiten. Da müssen wir zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Schieb schon rum. Voll einfach, ey. Ja, Mann. Halt, stopp! Ja, was? Ich habe mich fast gestorben. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Ich musste... ... den Moment abteilen, um richtig zu sterben. Ich bin schon wieder tot. Ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Dann würde ich es mal... ... abgreifen, nennt er das. Was denn? Hast du es einfach riskiert? Nein, ich wusste, wenn er sich umdreht. Das war die... Ich habe eine Mundprobe abgelegt. Warte, warte, warte. Ja, den müssen wir... Warte, warte. Warte, warte. Alter, wie sollen wir das denn machen? Ja, wir müssen doch ein Leben. Jedes Mal ein Leben abziehen? Nein, du musst ihm ein Leben lassen, oder? Oder ich mache es so. So wie ich. Bring ihn aber noch um, bring ihn noch um. Nice, ey. Wir hinterlassen hier keine Gefangenheit. Die haben keine Gefangenheit. Ne? Wir wissen noch nicht genau, was sie uns getan haben, aber sie haben uns nicht verdient. Oh Gott! Ich bin so gut. Ja, das hast du richtig gut hinbekommen, ey. Ein bisschen. Ein bisschen. Oh, hier muss man aufpassen, glaube ich. Worauf muss man hier mal aufpassen? Dass man da oben in die Elektrizität wegkommt. Ach, ich verstehe. Wolle ich eigentlich als Elektroman... Du müsstest das locker schaffen, dann. Wann geht denn der hoch? Wenn der da oben in die Elektrizität wegkommt. Ja. Ja, okay. Okay. Hui. Alles eingesammelt. Die braucht... Wofür brauchen wir die? Wofür brauchen wir die? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr aufhören. 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 Oh, darf ich den Stecker ziehen? Kein Strom mehr für dich. Du bist tot. Da kam noch einer raus. Ja, ich wollte gerade auf den Rausch. Weg, ey. Tut mir echt leid, ja. Zeit zum Aufräumen, ey. Das macht ihr aber mal schön ohne uns. Kann ich da rein gehen in den Stecker? Ja. Haben wir alles, ey? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, das ist voll wenig, ey. Ich weiß es nicht. 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 Teigesereignis. Teigesereignis, ey. Nach dem Boss muss ich mir was zu essen holen, ey. Ja, hast du mich schon verstanden? Ja, okay. Da unten ist ein Level. Tod durch Schokolade. Klingt nach einem angenehmen Tod, oder? Für Schokolade würdest du sterben? Von... Ja. Von bestimmte Sorten. Zartbitter. Zartbitter nichts? 70%. Nach links. Immer misstrauisch, ey. Immer misstrauisch. Äh. Ich weiß gar nicht, was du hier machen soll. Lauf, lauf! Da links war doch was, oder? Ja. Ja, Mann. Da oben ist... Da oben? Oh, da oben. Ist er da oben drauf? Ja, ich komm da nicht hin. Doch. Die Musik ist so gut in dem Spiel. Ich finde es gut. Ja, das finde ich. Ja, das finde ich. Äh, hätte ich nur noch einmal geschafft, ey. Aber du hast es mit der Angst zu tun bekommen. Ich hab... Meine Mut... Die Mutprobe, ja. Halt, warte. Ja, aber nein. Den brauchen wir definitiv. Der fällt jetzt ein bisschen hin, oder so. Ich glaube auch. Willst du das machen, oder ich? Mach du das. Okay. Ich vertraue dir. Scheiße. Nice. Ne, du glitschst lieber wieder ein bisschen. Du glitschst jetzt? Okay. Ja, links war nichts, oder? Doch, lass mal gucken. Sicher ist sicher, oder? Naja, da komm ich aber gar nicht hin. Doch, komm dann. Es ging nicht. Es war nicht weit. Es war nicht weit, ey. Kann ich hier durch? Ja, okay. Ich wollte nur wissen, ob da was ist. Okay. Okay. Ja, Mann, da hab ich einfach mal gehofft. Naja, schlafen ist hier nicht. Ne. Ist das so? Ja. Ja, irgendwas haben wir doch verpasst gerade, oder? Ja, ja. Es kommt mir echt so vor, als würden wir so viel verpassen. Das hab ich gekriegt. Ich liebe den Hinterhaken, das macht so Laune, ey. Ich stehe aber nur in einem Stück hier. Ah! Jetzt hast du mich getötet. Weil du dir ja nicht anhängst, oder warum? Ja. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Du machst es, ja? Ich hoffe es. Boah, das war so knapp. Ich war sauer. Warum hängst du dich schon wieder an? Hab ich gar nicht! Okay, doch ein bisschen. Ich hing nicht an dir dran. Und ich lebe. Warum bin ich jetzt hier unten? Der macht's einfach. Ohne was zu sehen, ey. Ich brauch, ich brauch nichts hin. Warte, der hat da oben bestimmt was. Ich bin tot. Ist rechts? Okay, da ist ganz sicher nichts. Ich bin übelst hochgeflogen, oder? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, das müssen wir sowieso noch mal machen, glaub ich. So knapp, ey. Na ja. Offscreen? Offscreen. Der braucht schon Frühstück, eben. So. Bing. Was denn? Ja. Offscreen. 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 Okay. Boah, das hab ich jetzt dreimal hintereinander. Okay. Das ist schon so ne Sucht von dir. Puh, alles gut. Ja, wir haben's geschafft. 100% könnt ihr jetzt sehen hier. Wir sind einfach die Besten, oder? Nein? Tigerseigen. Was war das los? Klingklob. Oh, der ist so cool. Boah, der ist so cool? Nee. So. So. Genau so cool. Das sehe ich nicht. Wir haben gerade mit unseren Armen und mit unseren Fingern einen Abstand gezeigt. Oh, nein. 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 Der macht dich ja auch einfach selbstständig. Guck mal wie meine Glühbirne da abgehend ist, ey. Ja, weißt du. Das liegt daran. Dass ich dich nicht hochheben kann. Warum kann ich dich nicht hochheben? The fuck. Was los? Du nimmst mich auch rein. Ich komme nicht raus. Oh fuck. Oh shit. Wow, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Oh man. Was ist los? Ich wollte nicht in diese scheiß Sicherheitszentrale da reisen. Ach, wolltest du gar nicht? Nein. Es sah nämlich so aus, dass du da reingelaufen. Hit. Ist der tot? Nein, der hat 3 HP. Jetzt macht er jetzt... Ja, den kriegen wir jetzt in der Phase tot, okay? Ja, ich versuch. Oh, das ist ein nice kill, ey. Holy shit. Doppelten Damage. Kommst du in den Fahrstuhl? Ich komm mit. Du hast mir eine verpoolt, ey. Glaube ich nicht. Du bist extra nach links gegangen. Nein, ich schieße Bälle. Was macht er jetzt? Das macht der andere Lasers, glaube ich. Ich glaube, er schießt Bälle von oben nach unten oder so. Die hüpfen so bouncy, weißt du? Bouncy? Bouncy Bälle. Aber da sind die Bouncy, ich bin. Bist du am Leben? Ja. Der war! Wer war? Meiner hat nicht gezählt oder was? Hat nicht gezählt oder was? Wo? Bleib doch einfach stehen. Ja. Der hat gezählt. Der hat... Alles ist gut. Alles ist gut. Das sah so aus. Jetzt macht er die Phaser. Das ist schwer, glaube ich. Mann, ich wollte hier auch rein. Du hast... Ey, ich muss aus diesem Fahrstuhl drauf. Hier muss man irgendwie... Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Das haben wir richtig gut hinbekommen, ey. Ich hab gedacht, der braucht länger um den zu chargen, ey. Ja, hab ich auch gedacht. Aber wir haben ja eine Hard Mode drin. Das ist gar nicht so lange. Das kann nicht wahr sein, oder? Wie schlecht wir sind gerade. Oh Mann, warum ist das so? Weiß ich nicht. Ja, nice. Ich hab ihn aber getroffen. Jetzt die nächste Phase beenden werden. Ist das so? Ja. Das war knapp, ey. Der letzte war nicht so gut, aber... Doch, okay. Der war okay. War schon... War schon gut. War schon gut. War nicht schnell. War schon gut. War schon gut. Ja, ja. Wir haben ihn besiegt. War das Ihre Backmaschine? Oder was war das? Ja, ja. Die Maschine, die wir abgesterbselt haben, hat sich einfach nochmal selbstständig gemacht. Ja, okay. Nein, wir haben Frieden geschlossen. Ja, okay. Komm raus! Komm raus! Wir haben Frieden geschlossen! Wir haben Frieden geschlossen! Nein! Winner! Irgendwie wollen! Okay, sehr gut. Ja, dann können wir hier auch wieder stoppen. Oder nee, kommt ein Video. Ja. Ja. Meine schöne Maschine! Oh, ich wusste, sie überlebt es nicht. Das machen meine Erfindungen nie. Mein Löffelbiskuit. Das ist jetzt nicht die richtige Zeit, um Tränen zu vergießen. Ja! Ja! Deine Zettlers werden scheinbar alle mitgenommen. Zur Fabrik für ein besseres Morgen. Auf zur Fabrik! Oh, Larry, ich muss hierbleiben und aufräumen. Kommst du nicht mit uns, mein süßer, gedeckter Apfelkuchen? Nein, nein! Ich kann das nicht so lassen! Los! Check den! Komm mit mir! Die Allianz geht auf eine Rettungsmission! Die Allianz schlägt zurück. Fortsetzen. Jetzt kommt auch schon das nächste Video direkt. Ja. Macht es so. Hä? Na gut, wollen wir hier einen Break machen kurz? Musst du... Erst wenn ich das Level... Achso. Ja okay, dann machen wir jetzt einen Break.